Hallo, ich bin Oliver Hirschspiegel, ich begrüße Sie. Ich bin der Regisseur von Elsa, der Film, den Sie jetzt gleich sehen werden. Und Sie kennen meine Arbeit vielleicht schon aus anderen Zusammenhängen. Ich habe auch das Experiment gemacht und den Untergang. Es geht bei Elsa im Kern um das Erzählen dieser Figur Georg Elsa, der alleine, nicht aus politischer Überzeugung, sondern aus innerster Überzeugung, 1939 versucht hat, Hitler mit einer Bombe umzubringen und damit das Dritte Reich und die Katastrophe, die er vorausgesehen hat, hellsichtig aufzuhalten. Und der Film erzählt in Sprüngen 1939 die Vernehmung über die Gestapo und springt dann immer wieder zurück in die Vergangenheit und erzählt halt Georgs Entwicklung und auch viele Details aus seinem Privatleben. Elsa war der Erste, der Hitler mit einem Attentat beseitigen wollte. Und im Rückblick muss man sagen, der am besten Vorbereitetste. Also der Plan war der brillanteste. Und der einzige Grund, warum der Fehlschlug war, dass Hitler halt zu früh den Saal verlassen hat. Aber er hätte mit Sicherheit Erfolg gehabt und hätte nicht nur Hitler, sondern die gesamte Führungstriege mit Hitler gemeinsam ausgeschaltet, was definitiv die Weltgeschichte verändert hätte. Der Elsa ist immer als ein Spinner, als ein Einzelgänger gezeichnet worden, was natürlich kompletter Unsinn ist. Ich glaube, das Problem besteht darin, dass nicht nur die Nazis ein Problem damit hatten, sondern auch alle anderen Intellektuellen später in unserer Gesellschaft, dass ein kleiner Schreiner, ein Handwerker aus dem Schwabenlande, alleine einen brillanten Plan wie diesen, alleine auch durchführt. Maximale historische Genauigkeit war die Aufgabe. Ich versuche, die Geschichten, die basieren auf wahren Ereignissen, so authentisch zu erzählen, wie das möglich ist. Und große Teile des Drehbuchs basieren auf den Originalverhörprotokollen der Gestapo. Wobei man sagen muss, dass das natürlich die Formulierungen der Gestapo sind. Aber man kann zwischen den Zeilen natürlich dann schon lesen, was ist jetzt eins zu eins vom Elsa übernommen und was haben die dann in ihrem Sinne so ein bisschen umformuliert. Aber wir haben unendlich viele Archive durchgekämmt, sowohl auf Bilder als auch auf die ganzen Textquellen. Es gibt einige Szenen im Film, wo wir uns die Freiheit nehmen mussten, private Szenen zu erfinden, die wiederum aber auch auf Beschreibungen der Figuren basieren. Naja, was dieser Film eigentlich mit als erster überhaupt leistet, als deutscher Film zumal, ist, dass ich versuche zu erzählen, wie diese Bewegung langsam in die ländliche Idylle, die arm ist, und den Leuten ging es damals nicht wirklich gut, reinkriecht und dieses ländliche Leben immer mehr übernimmt, was für mich eine absolute Tragik hat und eine Traurigkeit. Es gibt in diesem Film mindestens zwei Szenen, die in ihrer Brutalität und Gnadenlosigkeit, auch in der Darstellung der Gnadenlosigkeit der Nazis, an die Grenze dessen gehen, was man sehen und ertragen mag, zumal wenn man jung ist. Aber ich habe es halt für wichtig gefunden, dass Sie das so sehen, weil das ist ein menschenverachtendes, brutales System gewesen, das vor keinem Mittel Halt gemacht hat und absolut menschenverachtend vorgegangen ist. Und deshalb warne ich Sie ein bisschen davor, dass es da zwei Szenen gibt, die Sie vielleicht auch weiter verfolgen werden, aber ich halte es für absolut nötig, dass Sie das sehen. Elsa ist ein absolutes Beispiel dafür, dass die Notwendigkeit besteht, etwas zu tun und dass es möglich ist, auch als Einzelner, ohne Bewegung, ohne dogmatische Vorstellung etwas zu ändern in der Welt, wenn das nötig ist. Ich würde mir wünschen, dass alle jungen Menschen, die diesen Film sehen, klar wird, dass das höchste Gut, was wir haben als Menschen, die Freiheit ist und das Recht auf Selbstbestimmung. Naja, der Unterschied, einen Film im Kino zu sehen, ist halt, dass das ein gemeinschaftliches Erlebnis ist, auf einer großen Leinwand, mit einer sehr guten Tonanlage, in einem dunklen Raum. Und das ist eine Situation, die ist unvergleichbar. Da kann man noch so einen riesen Beamer zu Hause haben, da kann man noch so sehr eine tolle Soundanlage zu Hause haben und mit fünf, sechs Freunden sitzen, da haben beim Bier, es ist nichts vergleicht, es ist im Vergleich so stark und so wunderbar wie das gemeinsame Erlebnis im dunklen Kinoraum. Und ich hoffe, dass das jetzt eine spannende Zwei-Stunden-Sitzung wird. Und ich hoffe, dass das jetzt eine spannende Zwei-Stunden-Sitzung wird. Und ich hoffe, dass das jetzt eine spannende Zwei-Stunden-Sitzung wird. Und ich hoffe, dass das jetzt eine spannende Zwei-Stunden-Sitzung wird.